Hallo und willkommen bei diesem Video. Heute geht es um die 5 besten Kinder-Fahrrad-Anhänger. In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, welche verschiedenen Modelle aus verschiedenen Preisklassen es denn auf dem Markt gibt, welche wichtigen Eigenschaften und Funktionen sie besitzen und welches Modell im Endeffekt am besten für euch geeignet ist. Deshalb viel Spaß beim Video. Weitere Infos zu allen 5 Fahrrad-Anhängern erfahrt ihr auch über die Links unten in der Videobeschreibung. Nun starten wir aber gleich in dem Vergleich und mit dem günstigsten Modell. Wir arbeiten uns hier in den Preisklassen Produkt für Produkt nach oben und fangen an mit dem Vela Sports 2 in 1 Kinder-Anhänger. Warum 2 in 1? Dieser kann sowohl als Buggy, zum Joggen oder Spazieren gehen, aber auch eben als Fahrrad-Anhänger benutzt werden. Er ist mit einem 5-Punkt-Sicherheitsgurt und einem gepolsterten Sitz ausgestattet und bietet außerordentlich hohe Sicherheit und Komfort. Für maximal 2 Kinder ist dieses Modell geeignet und bietet laut dem Hersteller die perfekte Outdoor-Lösung für aktive Eltern. Das Modell ist für Kinder bis zusammen 40 kg ausgerichtet und hat ein Netto-Eigengewicht von 16,5 kg. Bei den Kunden kommt das Modell ganz in Ordnung an. Es wurde mit 4,5 von 5 Sternen bewertet. Mehr Infos zum Vela Sports Kinder-Fahrrad-Anhänger über den ersten Link in der Videobeschreibung. Für nur ca. 10 Euro mehr bekommt man den Etigo-Kinder-Anhänger, welcher sogar schon eine Hinterrad-Federung besitzt. Durch diese wird das Fahren noch bequemer gemacht, da die größten Stöße durch die Federungen abgedämpft werden. Auch dieses Modell lässt sich in nur wenigen Handgriffen von einem Fahrrad-Anhänger für Kinder in einem Buggy umwandeln, mit dem man auch einfach spazieren gehen kann. Dafür sorgt die hohe Manövrierfähigkeit des Vorderrads sowie auch der verstellbare Griff und auch die im Lenker integrierte Hand- bzw. Radbremse. Dieses Modell ist ebenfalls für maximal 2 Kinder mit einem Gesamtgewicht von 40 kg ausgerichtet und kommt mit 5-Punkt-Sicherheitsgurt sowie gepolstertem Sitz für zusätzliche Sicherheit und Komfort. Also ein super Modell, ähnlich stark wie das Vela Sports, nur kommt dieses für 10 Euro mehr noch mit zusätzlicher Hinterrad-Federung. Mehr Infos zum Kinderanhänger von der Firma Tigo über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als nächstes Modell möchten wir euch den Hamax Traveller Fahrradanhänger vorstellen. Dieses Modell ist sowohl in grün als auch in blau erhältlich und ist ebenfalls für maximal 2 Kinder ausgerichtet, wobei es 22 kg pro Kind aushalten kann. Dabei ist das Eigengewicht mit 13 kg ziemlich leicht und damit super auch für längeres Spazierengehen, Joggen oder eben Fahrradfahren geeignet. Das Modell ist besonders hochwertig und stabil verarbeitet. Aufgrund dessen besitzt es auch eine außerordentlich gute Bewertung bei den Kunden von 4,7 von 5 Sternen mit über 73% positiven 5-Sterne-Bewertungen. Weitere Besonderheiten bei diesem Modell ist die Aufteilung in Front, Seiten und Dachfenster, ein Staufach im hinteren Teil, ein mitgeliefertes Rücklicht sowie auch einen ergonomisch verstellbaren Haltegriff. Mehr Infos zum Hamax Traveller über den dritten Link in der Videobeschreibung. Das waren schon unsere besten Modelle für den geringsten Preis. Kommen wir nun zu den letzten beiden Fahrradanhängern, zwei wirklichen Premium-Geräten. Erst einmal möchten wir euch den beliebten Querydo Sport Trax 2 Fahrradanhänger vorstellen, den aktuell beliebtesten Fahrradanhänger der Oberklasse. Dieses Modell ist natürlich ebenfalls wieder multifunktional, sowohl als Fahrradanhänger oder auch als Buggy nutzbar. Dafür kann man einfach mit wenigen Handgriffen nur das kleine Vorderrad gegen eben die Fahrraddeichsel eintauschen. Die großen 20 Zoll Lufträder der Hinterseite haben integrierte Reflektorstreifen für eine gute Sichtbarkeit und kommen außerdem mit optimierter Federung mit Blattfeder-Dämpfsystem für einen optimalen Fahrkomfort. Für Komfort ist auch hier für die Kinder gesorgt. Zwei Kinder kann man hier maximal transportieren mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 60 Kilogramm. Die Kinder sind hier ebenfalls mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten gesichert und sitzen in einem sehr gemütlich gepolstertem Sitz mit Anti-Rutsch-Funktion. Vor allem überzeugt das Modell aber durch seine Verarbeitung. Es besteht aus fein gebürsteter Aluminium-Rahmenkonstruktion mit zusätzlich verstärkten Trägern sowie einem verstärkten Bezug, zum Teil sogar mit sehr starkem Polyesterstoff. Die Rückenlehne kommt hier mit integriertem Belüftungssystem im Kopfbereich. Bei den Fenstern haben wir hier zwei große verdunkelte TPU-Fenster und außerdem bietet das Modell sehr viel Stauraum durch zwei Innentaschen und auch einem Kofferraum mit ca. 50 Liter Fassungsvermögen. Man könnte jetzt hier noch weitere Details aufzählen. Das würde den Rahmen sprengen. Mehr Infos zum Queridu Sporttrax 2 über den vierten Link in der Videobeschreibung. Dieses Modell wurde mit 4,6 von 5 Sternen bei Amazon bewertet. Es gibt allerdings noch ein Modell, welches alle bisher vorgestellten Fahrradanhänger absolut in den Schatten stellt. Die Rede ist vom absoluten Luxusmodell, dem Thule Carriot Cross 2. Dieses Modell besitzt eine einstellbare Federung aus Blattfedern, handbetätigte Scheibenbremsen für bessere Kontrolle bei starkem Gefälle und beim Laufen, ein klimatisierter Innenraum mit abnehmbaren Fenstern und mehrfach verstellbarer Sonnenblende, sowie besonders komfortabel und vollständig gepolsterte Sitze, welche auch herausnehmbar und dadurch leicht zu pflegen sind. Außerdem hat das Modell zwei Vorderräder statt nur einem Vorderrad, welche auch für die Transformation in einen Buggy einfach hochklappbar sind, einen ergonomisch verstellbaren Haltegriff, sowie auch einen XL Stauraum. Zudem ist das Modell komplett einklappbar und dadurch sehr leicht zu verstauen, beziehungsweise leicht zu transportieren und die Tragkraft dieses Modells beträgt maximal 45 Kilogramm mit beiden Kindern zusammengenommen. Wer das absolut Beste für sich und seine Kinder möchte und auch das nötige Kleingeld zur Verfügung hat, der sollte sich für dieses Modell entscheiden. Es wurde von den Kunden auch insgesamt am besten bewertet mit 4,8 von 5 Stimmen. Dieser Kinderfahrradanhänger scheint sein Geld also absolut auch wert zu sein. Mehr Infos zu diesem Premium-Modell und auch zu allen anderen Fahrradanhängern über die Links in der Videobeschreibung.